Wichtig ist, dass du das Vertrauen hast zu den Tieren und das Tier auch das Vertrauen hat zu dir. Ohne das geht es gar nicht. Unser Herd besteht aus einem Zuchtstier, fünf Mutterkühe und acht Jungtieren. Ich habe sicher sehr viel gelernt, dass ich mein Willen auf das Tier rüberbringen kann. Dass ich mich auch ins Tier versetzen muss. Dass ich mehr Geduld haben muss. Wenn ich auch zupacken muss, ist das für mich eine Holung. Ich kann runterfahren vom Kopf her. Ja, es ist etwas Außergewöhnliches. Es ist nicht etwas, was alltäglich ist. Es ist mir bewusst. Es ist etwas Außergewöhnliches. Vielen Dank.